schönen guten samstagmorgen herzlich willkommen wieder einmal hier zu meinem item shop leute ich hoffe euch geht es sehr gut ihr seid fit und habt ausgeschlafen bevor wir starten unterstützt ein kröller mit impact 2.8 würde ich mich freuen wenn ihr mich kostenlos supportet sowie liken abonnieren nicht vergessen so was hat sich getan wir gehen mal kurz nach oben und seht ihr die inklusive sind da und die waren ja angekündigt jetzt sind sie hier im paket für 35 mutter vater frohzone ein paar emotes dazu gucken wir uns nochmal einzeln an ansonsten für jeweils 1500 einzeln zu ordnen ein bisschen quaddel bis dann quaddel bis dann die krake um die kralle als spitzhacke brecher zwei emotes ganz witzig frohzone für 1800 aber nicht für 15 reaktiv back bling ja keine ahnung was damit anfangen soll gut weiter geht's wir gucken wir noch was sie getan hat hier im item shop hier ist alles beim alten geblieben wir gehen wir das ganz rasch durch viel hat sich jetzt nicht getan magensens die wohl ein bisschen was ausgetauscht sie gab uns hässchen wiki morrow sonst ist jetzt hier nichts besonderes ja die das spitzhacke das war's dann erstmal gezupft wie gesprungen sonst ist hier nichts passiert wir gehen mal kurz noch mal hoch zu den neuen emotes ansonsten würde ich freuen wenn ihr nächstes mal wieder mit einschaltet beim nächsten item shop das war's so dann geht's wieder und weiter mit voller life on stage ich bin raus macht euch einen schönen samstag ciao von au